Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Der Vlog ist das ganz Besondere, dass ihr seht schon, ich sehe aus wie... Es ist nämlich 6.37 Uhr und ich muss demnächst los, weil für mich geht es zum Flughafen, denn ich fliege nach Italien für ein Wochenende, für meinen Geburtstag, genau mit meiner Cousine. Und ja, da nehme ich euch dann mit, also seid gespannt. Ich trinke jetzt hier chillisch meinen Kaffee und dann geht's los. Ich warte jetzt auf den Zug, ich bin ganz aufgeregt, das ist nämlich das erste Mal, dass ich alleine in den Urlaub fliege, beziehungsweise dass meine Cousine und ich zusammen alleine in den Urlaub fliegen und auch das erste Mal, dass wir auch fliegen, deswegen, ich bin gespannt. Hier sieht man voll schläftig. Hallo, wir sind angekommen im Hotel, also ich habe euch leider jetzt nicht bei den Flughäfen mitgenommen, weil wir fliegen das erste Mal und wir kennen die Abläufe nicht und deswegen waren wir mit anderen Sachen beschäftigt, weil am Gate zum Beispiel, da kam das Flugzeug vor uns, hatte Verspätung und da waren so viele Leute, dass wir nicht mal gesehen haben, wo wir entlanglaufen müssten oder können. Dann haben wir die ganze Zeit am ersten Gate gewartet und dann irgendwann haben wir gecheckt, okay, wir müssen einfach durch die Messe, durch die Masse und zu unserem Gate gehen. Genau, ich bin ja das erste Mal geflogen und ich bin ganz stolz auf mich. Ich habe es geschafft, mir ist zwischendrin ein, zweimal schlecht geworden, ich glaube meiner Cousine auch. Aber sonst geht es und ja, dann kam der Shuttle, hat uns abgeholt, jetzt sind wir im Hotelzimmer. Das zeige ich euch dann irgendwann später, meine Cousine duscht gerade und ja, ich mache mich dann auch fertig. Und dann gehen wir noch in die Stadt, das Essen und ein bisschen Auskundschaften, was es hier so gibt. Also wir sind irgendwie, also nicht ganz komisch, ich weiß ja, wo ich gebucht habe, aber als wir angekommen sind, da habe ich das Hotel angeguckt. Ich dachte mir, wir haben irgendein Business Hotel, also gemietet, also ein Zimmer da. Und dann ich so zudem auf Englisch halt, dann ich so, ja ich glaube, wir haben hier ein Zimmer reserviert, weil das sah alles so Business aus und das ist jetzt auch etwas außerhalb von der richtigen Stadt. Das war das Billigste, was ich gefunden habe. Ja, aber wir müssen dann einfach mit dem Zug hinfahren oder so, das passt. Ja, aber wir machen es trotzdem ein bisschen schicker, weil wenn hier schon das Hotelbusiness ist, dann sehen wir auch ein bisschen Business aus, passen wir uns da an. Die haben hier auch einen Pool und so Sachen können wir benutzen. Ich habe aber keine Badesachen mit, weil, ja, ich dachte, dass wir eh nicht ins Wasser gehen. Aber ja, ich wollte mir, eigentlich kaufe ich mir eh immer im Urlaub neue Badesachen, das ist irgendwie so zur Tradition geworden. Hallo Leute, wir sind gerade fertig gemacht und wir suchen gerade eine Zugstation, die wir hier eigentlich, hätte die irgendwo hier sein müssen, aber es ist ganz komisch der Weg, deswegen, ja. Leute, wir sind gerade im Hauptbahnhof und es ist einfach leer, also niemand benutzt hier wohl den Hauptbahnhof. Wahrscheinlich alle Taxis oder Autos oder so. Jetzt hat uns so ein netter Typie geholfen, dass wir eine Karte bekommen mit Handzeichen, weil die kein Englisch konnten. Ja, jetzt hoffen wir, dass wir auf dem richtigen Gleis sind. Ähm, ja, wenn es nicht geht, dann essen wir einfach im Hotel irgendwas, aber es wäre schon schön in die Stadt zu kommen. Ja, ja, und ein Ticket, ich glaube hin und zurück, 2,20 Euro, passt. Meine Cousine guckt immer noch, ob es das Richtige ist, aber ich denke, dass wir auch richtig sind hier, weil es ist mir jetzt zu stressig. Jetzt gucken wir einfach mal. Und hier ist, hier ist einfach gar nichts los. Also wir, also wir dachten auch, dass wir erstmal hier falsch sind, weil es wirklich tote Hose aussah, aber wir sind hier richtig. Also es ist richtig nah am Hotel, 5 Minuten höchstens läuft man hin. Ähm, ja, aber es ist der erste Tag. Ich denke, das ist normal, dass, dass wir uns jetzt erstmal ein bisschen rumgucken müssen. Ich suche einfach keinen Stress zu schieben. Meine Cousine beruhigt mich immer, wenn ich in Panik komme. Und dann kommt sie, glaube ich, in Panik, wenn es still ist innerlich. Ist sie gestresst und ich bin laut, wenn ich gestresst bin und sie ist still. Ich verstehe nichts. So Leute, uns ist aufgefallen, dass, egal welche Treppen... So blöd, ich kann es nicht erzählen, so dumm wir sind. Egal welche Treppen wir nehmen, ob wir die da vorne oder da hinten nehmen, wir kommen trotzdem an der gleichen Dings raus. Also sprich, dachten wir, dass wir im Kreis, wir laufen gerade im Kreis, weil wir wollten unbedingt, wir wollten unbedingt zu Gleis 2. Und egal wie wir laufen, wir laufen immer Richtung Gleis 1. Weil hier ist die Station, hier da, wo wir kaufen. Da und da sind Treppen und wir. Und ich weiß nicht. Und jetzt kommt der Zug halt um 13 Uhr nach, 18 Uhr 13. Hallo, es ist der nächste Tag. Ich glaube, ich habe euch gestern gar nicht mehr mitgenommen. Also ich habe ein paar Aufnahmen gemacht, aber auch nicht so viele. Erst am Ende ist mir eingefallen, weil wir sind in die Stadt. Und ja, wir waren ein bisschen lost und überfordert da, weil klar ist ja alles neu. Ich habe aber eine Mädchen auf Instagram geschrieben. Ich habe ihr TikTok gesehen. Die war auch hier. Und genau, ich habe sie gefragt, was sie so empfehlen kann. Und genau, dann hat sie uns ein paar Sachen gezeigt und beziehungsweise beschrieben. Und ja, dann versuchen wir da hinzukommen. Ja, wir fragen, glaube ich, einfach das Hotel oder so. Aber hello, hello, willkommen back. Wir haben gefrühstückt und uns fertig gemacht. Es ist 10 Uhr, also noch ganz früh. Ja, wir waren dann um 7.20 Uhr oder so beim Frühstück. Ich nehme euch immer als Spiegel, tut mir leid. Na, egal. Auf jeden Fall, genau, waren wir da eine Stunde, haben da Frühstück gechillt und so. Und haben auch gefragt wegen Taxi, die können uns da eins rufen, also von meinem Handy aus. Aber die haben gesagt, die soll halt dann für uns reden, Italienisch, weil wir können kein Italienisch. Genau, da gehen wir dann gleich hin. Meine Cousine muss noch fertig werden. Ich bin schon fertig, mein Bräuchlein. Ja, egal. Das ist mein Dings, also das gehört meiner Cousine. Die mag das Oberteil nicht. Mir stehen sie. Ich finde es toll. Deswegen behalte ich es auch. Und, ähm, ja. Die zieht ein Kleid an. Ich habe so eine Hose an. Ich habe jetzt keinen Bock auf ein Kleid, also oder auf kurze Sache. Vielleicht kann ich euch hier herstellen. Meine Schuhe, äh. Sehe ich einfach die an, weil es sind zwar 19 Grad, 18, 19 Grad oder so. Und hier ist das Klima zwar anders, aber, ja, es sieht dennoch windig aus. Deswegen lasse ich meine Turnschuhe an und ich ziehe noch die Lederjacke drüber. Und wenn es dann geht oder nicht, oder halb wärmer wird, dann tue ich sie in den Rucksack. Genau, ich habe auch so eine eine Kamera schon letztes Jahr gekauft für einen anderen Urlaub. Habe aber vergessen, sie zu benutzen. Ähm, genau. Und jetzt benutzen wir die. Also, bitte sag mir, dass ich nicht die Einzige bin, die sich dumm anstellt. Ich habe irgendwie falsch gedreht und dann, keine Ahnung. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich hier aufnehme. Aber gestern waren ja auch, ähm, echt fertig. Dann haben wir gar nichts mehr gerafft. Wir waren froh, dass wir das Hotel wieder gefunden haben. Ja, aber dann habe ich heute Morgen diesen Dings entdeckt. Also, man dreht es in die Richtung und dann drückt man drauf. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht den Film voll gemacht habe beim Ausprobieren, wie es geht. Ja, das wäre scheiße. Aber, genau, ich glaube, hier gibt es bestimmt auch irgendeine Drogerie oder irgendwas, wo man das holen könnte. Ja, aber ich denke, dass ich bis jetzt erst zwei Fotos gemacht habe. Weil, bei der, weil, davor habe ich es, glaube ich, falsch gedreht. Ne, egal. Bin ich ready und ich kann es nicht erwarten. Also, meine Cousine hat sich voll die hübschen Locken gemacht. Ich habe jetzt gestern noch schnell meine Haare in diesem Revlon Dings gemacht. Wer nicht weiß, wovon ich rede, auf TikTok poste ich die ganze Zeit so Haarvideos. Da könnt ihr mich begleiten, weil das ist so, man muss das halt wirklich lernen mit diesem Gerät. Und es wird ein Stück für Stück immer besser, aber trotzdem nicht so, wie ich es haben möchte. Deswegen, ja. Und meine Frisur, ich habe einfach die vorderen Strängen genommen und dann so eingerollt. Und dann, ja, diese Arme sind wie eine Prinzessin. Ja. 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 so leute ich habe euch die ganze zeit nicht mitgenommen weil es sind so viele eindrücke ich habe es voll vergessen auf jeden fall haben wir uns alkohol auch noch bestellt irgendwas ich habe nicht verstanden ist das alkohol ist das alkohol jetzt hat er kennt uns die ganze zeit verscherzt mit dem alkohol aber auch ins selbe mit mir gehen wir werden immer verscherzt mit dem alkohol naja auf jeden fall ich glaube hätten extra schuss dazu getan ja ich habe warm kaffee ist also der kuchen ist geil cheesecake pistazia ich habe latte sie hat ein eiskaffee und dieses alkohol gedöns ja wir trinken extra weil wir haben zu viel stolz um das nicht zu trinken weil das ist sehr stark aber wir werden es trinken das alkohol wir sitzen hier gerade am er und haben uns für vier euro so ein pack etwa und vier nektarien gekauft und noch für einen euro noch ein wasser und dann haben wir die hier gewaschen das obst weil die ist ja auf einer mark die gucken das alles an und atmen an genau und eine red bull habe ich auch von gestern und ja jetzt sitzen wir hier wartet ich zeige euch die aussicht wir sind wieder unserem lieblingsplatz mit mcdonald's wir haben kein richtiges restaurant gefunden ja hier trinken voll viele leute aber essen wohl nichts ja und die guten restauration waren voll und ja warst du zu mir hallo willkommen zum nächsten tag ich glaube ich weiß nicht wann ich mich gestern zuletzt mitgenommen auf jeden fall meine cousine hat mein frühstück so dieses ding hier gefunden das ist am strand und ja musste mal einen eintritt bezahlen das ist zum privatclub ist aber gar nicht teuer gewesen jetzt bin ich bis zum strand gekommen das habe ich auch wegen der sonne weil gestern habe ich gefühlt ihn hier zu steig bekommen kühl und windig aber es wird hoffentlich dann wärmer hallo mein friends es ist ein paar stunden später wir haben schon gegessen ich habe euch nicht mitgenommen weil ich habe es vergessen ganz einfach und ja wir sind jetzt gerade auf unseren nicht mehr auf unserem liegen auf unserem decken keine ahnung und genau chillen jetzt auch ein bisschen und genießen das wasser wir haben ein paar bilder gemacht ich weiß nicht ob gute dabei rausgekommen sind ja meine einwegkamera von dm ist voll ich hoffe dass dann ein paar bilder gut rausgekommen also rauskommen werden und ich hoffe ihr könnt mich hören es ist ein wind und ja das ding fliegt die ganze zeit weg meine cousine sagt schon ich sehe aus wie eine mutti ja hallo wir sind jetzt am flughafen und fliegen demnächst zurück wir sind etwas früher los weil wir uns hier nicht auskennen und jetzt warten wir draußen weil drinnen zu viele leute sind ja wenn das zwar keine puckel das war die meine haut ja und hier habe ich fett lippenbalsam drauf weil die lippen haben auch unseren brand meine freunde wie ihr seht wir sind wieder in der gewohnten umgebung ich bin auch wo kann ich mich hinsetzen auf jeden fall das sieht gut aus mit der pflanze oder ich bin am montag um halb zehn circa zu hause angekommen am dienstag war ich dann arbeiten also ich ja ich wohnt eigentlich nicht weil ich hab halt den krassesten sonnenbrand den ich jemals nehmen gehabt hab ähm genau aber äh ja ich hab mich dann halt schlecht gefühlt wegen dem sonnenbrand zu canceln obwohl ich halt ausgeregt wie so ein gebratenes hähnchen ich zeige euch halt auch nicht alles oder so weil ähm wenn es eine privatsphäre muss man haben ähm ja schmerzen habe ich schon welche ich nehme halt eine fette ibo so so am tag drei stück irgendwie beende ich hier mit dem blog ich hoffe es hat euch gefallen also mir hat das wochenende echt gut gefallen ähm wie gesagt wir waren ja das erste mal alleine im urlaub und das erste mal auch so zusammen alleine und für das haben wir uns echt gut angestellt wir haben alles geschafft was wir wollten ähm sogar viel mehr mit dem sonnenbrand ähm ja also ich ähm mich freut dass es so gut geklappt hat ihr hat es auch sehr gut gefallen hat sie gemein und ja ihr könnt gerne mich weiter abonnieren ähm den blog hier teilen oder liken sharen wie auch immer ähm ja ihr könnt auf meine social media kanäle gehen ähm da habe ich auch ein paar sachen gepostet und genau wir sehen uns dann im nächsten vlog dock b wo 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 wo